Also ich glaube, das Wichtigste ist einmal diese Vertrauenssache. Vertrauen ist nichts, was ein One-Size-Fits-All-Konzept ist. Also du hast halt Unterschiede. Du hast verschiedenste Mitarbeiter auf verschiedensten Erfahrungsstufen. Das kann sein von ganz frisch gefangen bis zu, macht das seit 20 oder 30 Jahren. Das ist mal die eine, würde ich sagen, so Dimension, die das aufmacht. Und das andere ist natürlich, naja, wie sehr interessiert es denjenigen, wie groß ist der Buy-in, das Commitment zu den Zielen, die du irgendwie so vorgibst. Und wie ist halt so auch der Erfahrungsschatz, den du schon hast mit dieser Person? Hat die Person schon Dinge übernommen? Hat sie schon kleine Dinge übernommen? Hat sie schon mittlere Aufgaben und Herausforderungen übernommen? Hat sie schon, weiß ich nicht, ganze Bereiche für dich gemacht? Jetzt sind wir dann vielleicht nicht mehr im Bereich von neuen und frischen Führungskräften. Aber man kann das natürlich ewig weiterspielen. Ich meine, hat dieser Manager schon mal ein neues Land aufgebaut als Markt? Das ist eine ganz andere Verantwortungssituation. Also wenn es darum geht, dass du zwei Arbeitspakete übernimmst und dort entsprechend schaust, was dort passiert. Also wir sehen einfach diese Bandbreite, die ist natürlich ewig riesig. Und genau so musst du das auch gestalten. Wie viel Vertrauen, wie sehr bist du zum Beispiel in der Planung selber involviert? Und was wir da auch schon oft gesehen haben und sich als gutes Konzept bewährt hat, gib ein bisschen initiale Verantwortung hinüber, genau im richtigen Maß. Lass den anderen diese grundsätzliche konzeptionelle Arbeit gestalten. Und dann lass dir das präsentieren, diese Idee. Und mit dieser Präsentation bist du nicht zu sehr drinnen in dieser ganzen Konzeption und siehst dann selber den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Sondern dann kannst du aus dieser zurückgelehnten Position sagen, okay, ich sehe den Plan, ich finde es gut, was du da gemacht hast. Schauen wir mal dorthin und schauen wir vielleicht da noch mal ein bisschen genauer, was denn da, ob das so ist, wie ich es mir vorstelle, ob das die Erfahrung vielleicht gezeigt hat, dass man das da ein bisschen anders machen sollte. Und natürlich auch, weil du als Führungskraft ja üblicherweise einen ganz anderen Überblick über Sachen hast, weil du in anderen Meetings drinnen steckst, weil du mit anderen Personen Kontakt hast, wo du vielleicht einfach schon diesen gewissen Wissensvorsprung hast gegenüber deinen eigenen Mitarbeitern und deinem Team.